Es ist Montag, der 14.8. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zum Überflug von Base und dem kurzfristigen Anstieg von Ripple auf 50 Dollar. Ihr erfahrt vom neuen Meilenstein bei Cardano, dem Infinity-Hack von Jack Butcher sowie der gewonnenen Klagewelle von Robinhood. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Florpreisen auf OpenSea schauen wir auf Tethers Bitcoin-Vermögen und stellen uns die Frage, ob Diggots und Juts ein Ruck sein könnten. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Starten wir in den Montag und beschäftigen uns gleich mal mit dem Comeback des Sommers in Deutschland, der uns hoffentlich diese Woche bevorsteht. Und blicken damit auch auf den On-Chain-Sommer, der im Rahmen der Layer-2-Base-Blockchain von Coinbase ins Leben gerufen wurde. Die Kryptobörse Coinbase hat ja bekanntlich vergangene Woche, genauer gesagt am 9. August, das eigene Ethereum Layer-2-Netzwerk namens Base gestartet und große Ambitionen damit angekündigt, da man ja auch plant, über eine Milliarde Nutzer On-Chain bringen zu wollen. Nach knapp einer Woche blicken wir jetzt mal auf den Start und ob die großen Ambitionen von Coinbase auch erreicht werden konnten. Am ersten Tag nach dem offiziellen Start war es so, dass die Zahl der täglich aktiven Wallet-Adressen in Base die Marke von 100.000 überschritten hat. Also ca. ein Zehntel der angepeilten 1-Milliarden-Marke, die ich gerade erwähnt habe. Weitere On-Chain-Daten von L2B zeigen zudem, dass das Gesamtkapital im Coinbase Layer-2-Netzwerk Base seit dem 9. August von 134 Millionen US-Dollar auf 173 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Was auf jeden Fall erstmal positiv scheint, aber wenn wir uns vergleichen, dazu mal die Layer-2-Netzwerke von Arbitrum und Optimism mal anschauen, wo das Gesamtkapital bei 5,9 Milliarden bzw. 2,8 Milliarden US-Dollar liegt, dann ist das Ganze doch noch verhältnismäßig niedrig. Obwohl Base im Vergleich zu diesen Netzwerken zwar noch relativ klein erscheint, zeigt das rasche Wachstum der Coinbase Layer-2-Chain dennoch eine beachtliche Dynamik, wenn ihr mich fragt. Denn eine interessante Feststellung aus den On-Chain-Daten ist noch, dass Base am 10. August, also dem Tag nach der Veröffentlichung, fast ein Viertel der täglichen aktiven Wallets auf der Ethereum-Mainchain zu verzeichnen hatte, womit wir hier doch eine ziemlich große Aufmerksamkeit sehen. Worauf ich jedoch auch hinweisen will, dass es bei diesen Daten wichtig zu beachten gilt, dass die Anzahl der aktiven Wallet-Adressen nicht unbedingt der Anzahl der aktiven Nutzer auch entspricht. Ein Teil dieser Adressen könnte nämlich von sogenannten Sybel-Nutzern betrieben werden, die auf einen möglichen Base-Airdrop spekulieren. Zur Info kurz, Sybel-Nutzer sind User, die mehrere Wallet-Adressen betreiben, um mehrere Aktionen auf einer Chain zu bewältigen. Da man sich dadurch zusätzliche Token erhofft, sollte hier wie gesagt auch ein Airdrop stattfinden. Stand jetzt ist es aber so, dass Coinbase klargestellt hat, dass es keinen Base-Token geben wird. Doch anscheinend hält das hier einige sogenannte Sybel-Nutzer nicht davon ab, trotzdem dementsprechend aktiv zu sein mit mehreren Wallets. Soviel auf jeden Fall zu dem Thema On-Chain-Sommer und der Base-Blockchain. Und wir halten also mal fest, dass trotz einiger potenzieller Herausforderungen das Netzwerk in kurzer Zeit einiges an Kapital und natürlich auch an Nutzern herangezogen hat. Auch wenn die Ambitionen von Coinbase bei weitem noch nicht erreicht wurden, die wie gesagt eine Milliarde entspricht. Trotzdem lässt das Ganze vermuten, dass Base zu einem bedeutenden Akteur im Ethereum-Layer-2-Netzwerk sein könnte. Auch wenn der Weg natürlich eine Milliarde Nutzer zu erreichen, wenn ihr mich fragt, noch bei weitem nicht erreicht ist und wahrscheinlich auch noch etwas dauern wird. Aber wir sind erst am Beginn der Journey, wir sind erst am Beginn von Base, natürlich noch in einem Kryptowinter und dementsprechend wird das Projekt Coinbase, wird das Projekt Base, wird der On-Chain-Sommer vielleicht doch noch heißer werden, als wir ihn gerade sehen. Passend dazu zu Deutschland und ich würde sagen, damit sind wir mit dieser News soweit durch, wechseln zu Chris und dort werfen wir heute mit ihm zusammen Einblick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Bevor wir einen Blick auf den Kryptochat im Allgemeinen werfen, schauen wir uns doch nochmal den WorldCoin an, der euch ja weiterhin heiß beschäftigt. Aktuell steht der WorldCoin bei 1,65 Euro, das macht ein Plus von 2% innerhalb der letzten 24 Stunden. Ansonsten auf Platz 1 Bitcoin 26.794 Euro, aktuell ein Minus von 0,86%. Ethereum auf Platz 2 bei 1.686 Euro, ein Minus von 0,68%. Auf Platz 3 Tether USDT 0,91 Euro, Minus 0,73%. Auf Platz 4 BNB, auf Platz 5 XRP Ripple, auf Platz 6 USD Coin, auf Platz 7 Dogecoin, auf Platz 8 Cardano, 9 Sulana und 10 der Tron Token. Insgesamt alle im roten Bereich, aber nicht kriegsentscheidend, lediglich der Dogecoin mit minus 2% schlägt hier ein bisschen aus innerhalb der Top 10 der Coins. Ansonsten der Stellar Token, ein kleines Plus von 0,3% auf 0,1271 Euro. Dann auf Platz 7 Monero, 145 Euro, auch ein kleines Plus von 0,39%. Dann Lido Dao auf Platz 34, hier bei 1,67 Euro. Nierprotokoll auf Platz 39, hier 1,23 Euro. Der Maker Token, ein Plus von 1%, aktueller Preis, 1130 Euro, auf Platz 41. Dann auch im Plus XTC Network, auf Platz 46, 1% im Plus, 0,0597 Euro. Dann auf Platz 49, The Sandbox und auf Platz 50, der EOS Token. Das war der schnelle und kurze Blick auf die aktuellen Kryptokurse. Und was sich so in den Top 10 tummelt, wechseln wir jedoch jetzt die Kategorie und kommen zu unseren Web3-Kurznews. Am 10. August hat die US-Kryptobörse Gemini den Ripple Token XRP wieder in ihr Angebot aufgenommen. Kurz nach der Wiederaufnahme des Handels auf der von den Winkelwurstbrüdern geführten Börse kam es jedoch zu einem Fehler. Der XRP-Kurs stieg auf 50 US-Dollar, obwohl der tatsächliche Kurs zu dieser Zeit bei 0,63 US-Dollar lag. Einige Nutzer machten scherzhafte Bemerkungen über diese überraschende Kursbewegung, während andere den Fehler auf das Relisting des Tokens und ein dünn besetztes Auftragsbuch zurückführt. Es wird auch vermutet, dass ein Trader einen Verkaufsauftrag zu 50 US-Dollar platzierte und ein anderer Trader diesen zu diesem überbewerteten Kurs ausführte. Gemini kündigte Wartungsarbeiten an, die möglicherweise zu Timeout-Problemen bei einigen Nutzern führten. Es bleibt jedoch unklar, ob diese Wartungsarbeiten den fehlerhaften XRP-Kurs beeinflusst haben. Das DeFi-Ökosystem vom Cardano erreicht einen Meilenstein, da nun 600 Millionen ADA-Token im Netzwerk gelockt sind, womit sich die Anzahl seit Jahresbeginn verdreifach hat. MintSwap führt die Liste der größten ADA-Exchanges an und verzeichnet derzeit rund 48 Millionen US-Dollar in ADA. Auf Platz 2 folgt Indigo mit gut 39 Millionen US-Dollar, während Liquid mit 19,7 Millionen US-Dollar abgeschlagen ist. Gleichzeitig steigt das Interesse der ADA-Wahle, da seit Ende Mai diesen Jahres Token im Wert von 116 Millionen US-Dollar akkumuliert haben, ein Höchststand seit September des Vorjahres. Jack Butcher und Jaleel.es haben eine bahnbrechende Idee vorgestellt, das NFT-Projekt Infinity Checks zielt darauf ab, zu erkunden, ob eine Vereinfachung des Sammelns auf seinen Kern, das Sammeln ohne primäres finanzielles Interesse, die Dynamik von NFTs verändern kann. Die Kollektion bietet unendlich viele NFTs zu einem festen Preis an, um künstlerisches Engagement über finanzielle Erwägungen zu stellen und eine gemeinschaftliche Erfahrung zu schaffen. Der Preis der Infinity Checks ist fixiert, aber Sammler können ihre Investitionen jederzeit zurückfordern. Die ETH-Token, die für einen Infinity Check hinterlegt werden, sind in einem Smart Contract gesichert. Sammler können den Check zurückziehen, was zur Zerstörung des zugehörigen Kunstwerks führt. Im Frühjahr 2021 führte ein sogenannter Short Squeeze unter anderem von GameStop-Aktien zu Turbulenzen an den traditionellen Finanzmärkten. Der Neo-Broker Robinhood griff damals ein und setzte den Handel von 13 dieser Aktien aus, sehr zum Ärger der Investoren. 16 von ihnen klagten gegen diese Maßnahme und haben nun einen juristischen Rückschlag erlitten. Ein Gericht entschied, dass Robinhood das Recht hatte, genau das zu tun, was es getan hat und rechtlich nicht verpflichtet war, die Investoren zu schützen. Die zuständige Richterin fügte hinzu, dass Robinhood befugt war, die Handelsmöglichkeiten seiner Kunden einzuschränken und Transaktionen abzulehnen. Es bleibt abzuwarten, ob die 16 Investoren den Fall vor den Supreme Court bringen werden. Die Kontroversen um Tether und seine Krypto-Einlagen nehmen kein Ende. Bei der Überprüfung von Unternehmensangaben im Vergleich zu Bitcoin-Wallets haben On-Chain-Analysten nun Ungenauigkeiten festgestellt. Im letzten Quartalsbericht gab Tether an, Bitcoin im Wert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar zu besitzen, was den Stablecoin-Herausgeber auf Platz 11 der größten Bitcoin-Investoren hätte setzen sollen. On-Chain-Analyst Tom Wan teilte daraufhin Details zu einer Bitcoin-Adresse, die den Angaben von Tether entsprechen könnte. Allerdings stellte KryptoQuant fest, dass diese Wallet nicht mit der Beschreibung im Quartalsbericht übereinstimmt. Tether äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürschen. Das waren unsere Web3-Kurznews. Wechseln wir noch einmal die Kategorie und kommen zu unserer NFT-News. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die neuesten Entwicklungen im NFT-Space. Hört gespannt zu, denn es ist eine Geschichte von großen Entscheidungen, strategischen Veränderungen und natürlich Kunst auf der Blockchain. Habt ihr eigentlich schon von D-Labs gehört? Wenn nicht, ist das okay, dafür ist ja dieser Podcast da. Denn D-Labs steht hinter den NFT-Projekten Degords und Jutz, welches kürzlich übrigens für Aufsehen gesorgt hat. Stellt euch vor, ihr zieht von eurer Stadt in eine andere, weil ihr denkt, es wäre besser für eure Karriere. Mehr Aufgaben, mehr Gehalt. Aber dann entscheidet ihr plötzlich wieder zurückzugehen und das Gehalt wieder zurückzuzahlen und auch noch etwas draufzupacken. So in etwa hat sich Jutz bewegt. Anfang des Jahres sind sie von Solana nach Polygon und jetzt wieder zurück zum Ethereum Mainnet gewandert. Seite an Seite mit den D-Gords. Die Nachricht wurde im Vorfeld der Enthüllung von D-Gords Season 3-Inhalten bekannt gegeben. Findet ihr das eher spannend oder verwirrend? Denn ihr fragt euch sicher genauso, wie ich mich gefragt habe, warum die ständigen Umzüge? Nun, Jutz zog ursprünglich mit Unterstützung eines satten 3-Millionen-Dollar-Zuschusses von Polygon Labs nach Polygon. Der Plan war ursprünglich, die Entwicklung von D-Labs zu fördern und das Polygon-Ökosystem zu stärken. Doch hier kommt der Clou. Sie sind nicht nur zu Ethereum zurückgekehrt, sondern D-Labs hat sich auch dazu entschieden, die gesamten 3-Millionen-US-Dollar an Polygon Labs zurückzugeben. Und das ist noch nicht alles. Sie legen zusätzlich eine Million Dollar drauf, um Polygon-eigenen Entwickler und Kreative zu unterstützen. Polygon Labs war ein wirklich unglaublicher Partner für Jutz, sagte D-Labs-Gründer Rohun Frank-Vora in einer Pressemitteilung. Aber letztendlich glauben wir, dass es für Jutz am meisten Sinn macht, in der gleichen Chain wie D-Gords zu sein. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum das Ganze? Nun, die Entscheidung hat sowohl Lob als auch kritische Fragen aus der NFT-Community hervorgerufen. Spekulationen und Diskussionen fliegen wild umher, besonders weil der Floorpreis von Jutz' NFTs auf OpenSea in dieser Zeit deutlich gestiegen ist. Das zeigt aber auch, dass Investoren und Sammler die Entwicklung des Projektes sehr genau verfolgen. Und während Jutz seine Migration, also das genaue Datum steht übrigens noch nicht fest, vollzieht, bleibt ein anderes Juwel von D-Labs, nämlich D-Gords weiterhin eines der wertvollsten NFT-Projekte auf dem Markt. Denn laut Daten von NFT Price War ist es das drittwertvollste PFP-Projekt auf dem Markt für eine Sammlung mit mindestens 10.000 NFTs bei einem Floorpreis von 6,7 ETH. Das ist übrigens der aktuelle Preis, den ich eben zur Erstellung dieses Podcasts nachgeschaut habe. Fühlt sich insgesamt doch schon irgendwie wie so ein Ruck an, oder? Für alle, die es nicht wissen, ein Ruck oder ein Ruckpool ist übrigens eine Art im Stichlassen der Community, Investoren und so weiter. Also man bekommt sozusagen den Teppich unter den Füßen weggezogen. Die Reise von Solana zu Polygon und zurück zu Ethereum unterstreicht die Bereitschaft, verschiedene Blockchain-Umgebungen zu erkunden und sich an sie anzupassen. Während die Jutz-Migration faszinierende Aussichten bietet, bleiben Fragen zu möglichen Synergien zwischen Jutz und der geschätzten D-Gords-Sammlung im Ethereum Mainnet offen. In einer Pressemitteilung wies Polygon-Mitbegründer Sandeep Mywall auf das, wie er sagt, signifikante Wachstum des Polygon-PFP-Ökosystems hin und merkte an, dass D-Labs eine große Rolle dabei spielte. Abschließend lässt sich sagen, dass die NFT-Welt niemals schläft, sie ist ständig in Bewegung oder hat, wie aktuell, zu wenig Aufmerksamkeit. Und D-Labs ist nur eines von vielen Beispielen für die aufregenden Entwicklungen, die sich hier abspielen. Es ist ein lebendiger, sich ständig verändernder Space. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, wenn ich sage, dass es letztendlich niemals den Königsweg gibt. Aktuell Trial-and-Error-Prinzip. Austesten, umsetzen, ausbauen. Manchmal fühlt sich eine starke Veränderung eben wie ein Ruck an. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass diese Entscheidung so einigen den Teppich unter den Füßen weggezogen hat. Gut, das war unsere NFT-News. Wechseln wir noch einmal die Kategorie, gehen auf OpenSea und schauen uns die aktuelle Top 100 der NFTs an. Ein Blick auf OpenSea zeigt, auf Platz 1 CryptoPunks, auf Platz 2 direkt dahinter Bord A.Biach Club, hier im Floorpreis von 30.30 Is. Also heißt das wieder über 30 Is. Hält sich aktuell ganz gut. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Direkt dahinter auf Platz 3 The Potatoes mit 1,8 Is im Floor. Auf Platz 4, da sind sie, die D-Gods. Aktueller Floorpreis, hier 6,7 Is, wie eben in der News genannt. Aber es ist immerhin ein Minus von 20% innerhalb der letzten 7 Tage. Ich denke, da wird auch noch das eine oder andere passieren, nach oben oder nach unten. Wir werden abwarten, wir werden es beobachten. Neueste News bekommt ihr natürlich hier im Podcast. Auf Platz 5 QQL MinPass. Aktueller Floorpreis, 7,85 Is. Auf Platz 6, Redacted Remilio Babies. Aktueller Floorpreis, 1 Is, minus 23%. Hier innerhalb der letzten 24 Stunden. Auf Platz 7, Clone X. Ein Plus von 428%. Hier 1,38 Is im Floor. Auf Platz 8, The Captains, 4,98 Is im Floor. Auf Platz 9, On-Chain Buccaneers, OCB. Aktueller Floorpreis, 2,08 Is. Und auf Platz 10, Asuki Elementals, 0,58 Is. Dann auch schnell auf Platz 11, Asuki, 5,02 Is. Auf Platz 12, Pachi Penguins, 4,15 Is. Ein bisschen tiefer auf Platz 21, Beans Official, 0,32 Is im Floor. Aktuell auf Platz 21, auf Platz 22, Heavy Metal, 0,70 Is. Auf Platz 23, Chex VV Edition, 0,49 Is. Auf Platz 24, The Anthers, 0,46 Is. Und auf Platz 25, Cool Cats NFTs, 0,72 Is. Dann auf Platz 43, Tenkatty F, Gucci Grails, 0,3 Is. Auf Platz 44, Wolf Game Genesis Land, 0,06 Is. Dann gehen wir Richtung 50. Und zwar genau auf die 53, Moonbirds, Mystics, 0,19 Is. Dann Goblin Town, WTF, bei 0,19 Is im Floor. Auf Platz 55, direkt dahinter, Deadfellas, 0,18 Is. Auf Platz 72, Tenkatty F, 0,11 Is im Floor. Obligatorisch, auf Platz 77, Midnight Society Founders Access Pass, 0,25 Is. Moonbirds, Oddities, 0,18 Is. Auf Platz 79, auf Platz 91, Los Samos, 0,27 Is. Dann ein bisschen tiefer noch, auf Platz 97, der Gentleman, Capital's Access Pass. Und auf Platz 98, Based Fellows. Auf Platz 99, Artifact Skin Vial Evo X. Und auf Platz 100, Network Land, aktueller Floorpreis hier, 0,09 Is. Das war es auch schon von dieser Montagsfolge. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den Tag, vor allem mit diesen tollen News. Schaut auch gerne morgen wieder vorbei, aber vor allem schaut auch bei uns auf den Discord vorbei. Hier können wir uns sehr gerne austauschen zu diesen News. Vor allem meint ihr, dass sich Polygon ein bisschen gerackt fühlt von D-Labs? Oder denkt ihr, dass die Community das richtig gut findet, dass wir aktuell auf Ethereum sind mit den Nudes? Und natürlich neben den D-Gods bestehen? Lass deine Meinung gerne bei uns auf dem Discord da. In den Shownotes findest du den Link zu unserem Discord. Gerne kannst du auch, wenn du unsere Beiträge siehst, darunter schreiben, was du davon hältst. Oder schreib uns auch gerne eine DM. Wir haben aber auch ein GM Coffee Handy. Da kannst du auch gerne eine Sprachnachricht hinschicken. Vielleicht zu einer Expertise, die du hast zu einem Thema. Gerne kannst du dann auch in diesem Podcast deine Expertise mit einbringen. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, als wir freuen uns auf dich, auch wenn du morgen wieder einschaltest und es dann heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. 堂 Dieter Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. D mostra